hallo leute und herzlich willkommen zurück bei grimdoms ich musste leider kurz unterbrechen deshalb ja wir können nicht einfach zurückreisen zu dahin wo wir waren gut dann müssen wir wieder alles durchlaufen ja ich hatte dringendliche sachen wir waren ja hier und alles was wir da gelassen haben ist auch weg oder scheiße das muss auch an mein heiligen schein gut die xp sind ja nicht gerade die welt so weg mit dir unser ziel ist es da oben wir gehen deshalb hier entlang haben wir auch wieder ein bisschen was gesehen hallo so aufnehmen und weiter geht's hier vorne gleich 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 rechts bamm tschau ja koppel du dinger so und ja ja genau hier waren wir mit dem schlag platzen die auf wie eintrigen wurden meine vorstellung nicht gerade sehr appetitlich die wir waren hier oben ich musste gerade niesen kann man es heute vom himmel oh hallo da gibt's halt doch mal eins auf die glocke komm schon ach da mussten wir unser unsterblichkeits scale nicht bemühen das wäre es noch wenn wir extra den ganzen weg hierher kommen damit wir so weit sind wie vor der aufnahme also vor der letzten aufnahme und dann das ist das tagebuch das kann ich nicht zulassen ach nö da kommt ja noch mehr so möge er sterben gut wie sieht das gerade aus aha aha verstehe verstehe dann gehen wir mal da rein so gleich so die heiler müssen wir weg machen sonst kann die nur unnötig werden die heiler okay kein heiler mehr gut so und jetzt rein in dieses alte haus alles ist da gebucht haben wir etwas neues was wir tragen können nein gut ach so alles das tagebuch erste eintrag mama hat gesagt ich soll in dieses ding schreiben also denke ich dass es jetzt zeit dafür ist da ich schon wieder hausarrest habe ich habe eine ich habe an abygales haaren gezogen sie hat damit angefangen warum muss sie nicht in ihrem zimmer setzen und in ihrem dummen tagebuch schreiben morgen werde ich den größten frosch fallen den ich in den sümpfen finde und ihn im zimmer meiner schwester lassen mal sehen wie ihr das gefällt zweiter eintrag mama hat also mein tagebuch gelesen und jetzt habe ich schon wieder hausarrest der frosch war schon entkommen bevor meine schwester ihn sah warum ist papa noch nicht zu hause er sollte mir heute nach berlin mitnehmen und er ist immer noch nicht von der arbeit zurück er lässt das tagebuch dritte eintrag mama sagt dass ich nicht mehr draußen spielen darf perkins sagt dass monster in den sümpfen umherschreifen aber mami sagte dass es so etwas nicht gibt und sie schlugen mich mit der schöpfkelle weil ich wieder gerüchte verbreitet habe ihr wünscht der papi würde endlich heim kommen ihr wählt nach berwitz alles das tagebuch vierte eintrag ich habe angst ich habe wirklich wirklich angst mama hat mich und meine schwester in meinem zimmer eingesperrt während sie nach geräuschen hinter dem haus sieht es ist schon lange her und jetzt höre ich die geräusche auch im haus papa bitte komm nach hause und lass die geräusche verschwinden mir ist bevitz jetzt egal bitte komm nur nach hause papa sind das die zwei kinder die bei uns also in devils crossing rum tanderadeil oh hi gut entpacken weiter geht's ich will nur sehen ob es hier weit es geht tatsächlich weiter ich dachte stufenaufstieg das heißt unsere fähigkeit unsere fähigkeiten werden vollkommen ausreichen gut also 65% wieder hergestelltes leben und 272 gesundheit pro sekunde also ja wir sind so gut wie unsterblich also mir gefällt's auch aus dem bezirk von berwetsch urküm wer zum geist das denn will zuerst nur die gegend umschauen die gegend umschauen die gegend umschauen ja klar schau mich um ich will mich umschauen so ja 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 ich bin ja schon da so jeder schlag ein toter mehr oder weniger mehr oder weniger okay es sind gerade sehr viel so sehr viele gegner da gut dann reden wir zuerst mit und dem ich werde verrückt eine lebende person Nun, seitdem Wurvich gefallen ist, sitze ich hier fest, haben mich auf dieser kleinen Insel verschanzt und Viecher gekocht, die mir zu nahe kommen, während ich auf das unvermeidliche Ende gewartet habe. Du bist ein willkommener Anblick. Wurvich ist vor Monaten gefallen. Wie habt ihr so lange allein überlebt? Wählt das Gefängnis für dich? Nun, ich kann zum Beispiel kochen. Ich habe früher in der Hauptstadt gearbeitet und hatte die Ehre, Mahlzeiten für ein paar Adelshäuser und viele ausländischen Würdenträger zu kochen. Ich bin kein Kämpfer, aber ich habe ein bisschen jagen gelernt, als es notwendig war. Es bringt mich über die Runden. Abfälle von Knochenratten sind jedoch keine feine Speise. Vor allem bleibe ich einfach ruhig und beobachte. Was ist mit dir? Woher kommst du? Wir könnten einen Koch gebrauchen. Erzähl ihm vom Gefängnis. Euer Gefängnis erscheint himmlisch verglichen mit meiner derzeitigen Behausung. Ich wette, ich könnte auch meinen Teil dazu beitragen. Mit vollen Markenkampfen Männer besser. Wie werden wir meinen ganzen Ausrüstung nach der Westcrossing bekommen? Ich kann ein Riftgate öffnen und euch in Sicherheit bringen. Ein Portal? Ich habe bisher nur eines davon gesehen und es hat nicht die guten Jungs ausgespuckt. Ich hoffe wirklich, dass du mich nicht reinlegen wirst. Das klappt doch nie. Wir sehen uns dann in Devil's Crossing. Ich wollte Berving sagen, aber... Da wollen wir hin. So, sterbt ihr... Im Harden seid ihr ja nicht. Ihr seid... Arachniden. Aber gut. So. Waren wir hier schon? Nein, hier warten wir noch nicht. Da geht es nicht weiter, weil es versperrt ist. Angeblich. Aber diese kleinen Latte und Zaun könnten wir einfach so locker weg machen. Oh ja. Was war das? Was war das? Das klang, es würde etwas auf den Boden fallen. Oh. So. Okay, ich komme nicht so einfach da rüber. Gut. Ist eigentlich weniger gut. Das sind XP's, die wir nicht kriegen. Im Moment. So, und jetzt sterbt ihr fauliges Gemüse. Gebt Ruhe. So. Bam. Bam. Uh. Stufe 19. Das ist gut. So, und was haben wir denn hier? Erbärmliches Fleisch. Das geschunden werden will. Okay, sonst nichts mehr. Haben wir sonst noch was? Uh, hallo. Äh, würdest du... Ach, nein, endlich. So. Hm. Was haben wir sonst noch hier versteckt? Im Argen, ne? Im Unterholz. So, es scheint, als hätten wir alles durchsucht. Sehr verdächtig, sehr verdächtig. Aber ja, wir haben ja alles kaputt geschlagen. Oder doch nicht. Perfekt. Ah, und hier geht's kaputt. Und schon haben wir etwas zusammengezimmert. Was ist das? Treppe nach unten. Ich will zuerst sehen, ob hier irgendwie... ...etwas ist. Da vorne ist. Auch, äh... Was ist das? Treppe nach unten. Es könnte sein, dass sie verbunden sind miteinander. Heißt das, hier vorne kommt man echt weiter? Eigentlich doch. So, dann Moment. Und eine weitere Treppe nach unten. Gut, dann machen wir hier mal... ...den Riftgate. Irgendwann. Ne. Stirb. Also, wegen Gratis-Exp sage ich nichts. So geht das. Genau so. Okay. Sieht das platztechnisch aus? Ja, geht noch ein bisschen. Hi. Okay. Großes was tun würde ich hier nicht. Denn schließlich... ...wenn ich da runtergehe, kriegen wir sicher tonnenweise Loot. Und das will ich nicht, denn... ...wir sind die schon fast voll. Gut. Hi. Oh, der Typ heißt Wut. Und der, der Kalte. Hallo. Und tot. Sachen kaputt machen, ist unser Hobby. Und unser Beruf ist Kleingärtnern. Okay, da geht es nicht weiter. Da auch nicht. Hm. Bevor wir aber weitergehen, gehen wir kurz die Sachen verkaufen. Wir könnten auch Bescheid sagen, dass wir... ...wieder da sind. Hm. Ah, das Nebenhand, das also auch. Okay. Weg damit, weg, weg, weg. Weg damit, was ist das? Blutklauenöl. Interessant, ein Öl, das wir auftragen können, aber... ...das brauchen wir momentan hier nicht. Vielleicht später. Wie? Oh, der Typ ist wieder da. Äh, was ist wieder da? Der Typ ist da. Gut. Alles rüber. Das auch. Sonnpacken. Gut. Hm. Wir haben schon wieder 19... ...äh, Heiltränke. Ja, ja, ja. Äh, hier. Wenn das echt mein Retter ist, ich kann dir gar nicht genug danken. Endlich kann ich wieder für andere Leute kochen. Hier, nimm dir etwas Suppe. Könnte etwas Salz vertragen, aber Captain Whisky hat, äh... Captain Whisky da drüben besteht drauf, dass es nur für den Kampf benutzt wird. Schön, dass es euch... Äh... Schön, dass ihr euch eingelebt habt. Komm jederzeit zurück. Ich habe ein paar alte Geschichten zu erzählen, falls du ein Ohr dafür hast. Okay, erzählt mir eine eurer Geschichten. Ich nehme noch etwas Suppe. Ah, das füllt's auf. Eine Sache, die mir Sorgen über die Art der Geschehnisse bereitet, ist die... ...äh... ...bereitet, die sich während der Grim Dons erheignet hat, vor dem Angriff war ich unter der Woche in der Hauptstadt bei der Arbeit und ich erinnere mich, dass dort zwei der drei Legionen scheinbar grundlos entfernten Provinzen entsandt wurden. Es schien mir sehr merkwürdig, dass sie zu der Zeit die Hauptstadt so ungeschützt lassen. Andererseits bin ich nur ein einfacher Koch. Wer bin ich denn, dass ich die Arbeiten des Militärs anzweifle? Erzählt mir noch eine. Schon mal über einen Sliffe-Eintopf nachgedacht? Tu es nicht. Sie mögen uns essen und es scheint nur gerecht zu sein, dass wir sie dafür essen sollten, aber ich habe einmal versucht, einen zu kochen und der ruinierte einen Satz Kochtöpfe und Schöpflöffel. Übrigens habe ich einmal eine Geschichte gehört, dass die Sifse von Menschen erschaffen wurden. Man sagt, dass das Kaisers Generalstab eine Armee wollte, die erfolgreich in den südlichen Sümpfen kämpfen konnte. Entsetzte Menschenversuche führten zur Erschaffung eines reptilischen Humanoiden, aber sie waren unkontrollierbar, flohen aus der Gefangenschaft und brüteten dann in der Wildnis. Aber das ist bestimmt nur eine Legende. Okay, noch einer. Unterschätzt nicht die Effektivität der durchschlagenden Waffe. Sie mögen zwar nicht die Ruhe Schadenskraft eines schweren Streitkolbens oder einer brutalen Axt haben, aber ihre Fähigkeiten, Rüstung zu durchbrechen, kann gegen schwer gepanzerte Feinde sehr effektiv sein. Zumindest habe ich das gehört und weißt du, durch meinen Beruf bin ich mit Kollegen sehr gut vertraut geworden. Als Koch, meine ich. Ah, irgendetwas ist da seltsam. Noch eine. Einmal diente ich einem Anhänger des Träg. Nun, ich beurteile normalerweise niemanden anhand seiner Vorstellungen, aber diese Leute glauben an welches Zeug. Das allsehende Auge, das versteckte Reich, in dem angeblich Hexengötter wohnen, wie Drag der Wächter ist, der den Weg bewacht. Wie Drag der Wächter ist, äh? Kein Wunder, dass sie so nervös sind, wenn sie bedenken, dass sie jemand die ganze Zeit anstarrt. Lustigerweise hat sie aber doch jemand beobachtet. Nicht lange, nachdem wir getrennte Wege gegangen waren, nahm ihn ein Inquisitor zur Befragung mit und er wurde nie wieder gesehen. Zumindest habe ich das gehört. Noch eine. Unterschätzten, nicht die effiziente, durchschlagende Waffe. Noch eine. Vor dem Gründon. Heißer Ruhigewalt. Vor dem Gründon. Bis später. Schön, dich wiederzusehen. Was darf es denn heute sein? Haha, ich schätze zwar einen gesunden Appetit, aber Captain Whisky besteht darauf, das, was wir haben einzuteilen. Okay, und was sagst du? Wo habt ihr denn diesen Typen gefunden? Er würde dir sogar eine Suppe aus Steinen kochen und ich glaube, sie würde trotzdem verdammt gut schmecken. Steinsuppe, ja? Ist sie besser als das, was ihr... Was ihr zubereitet? Wir haben wohl einen Witzbold unter uns. Wie? Er muss gehen. Bruder muss los. Okay. Das ist unerwartet. Tut mir leid, falls ich dich vorhin beleidigt habe. Dein Ursprung war nur ein bisschen erschreckend. Ich habe gehört, dass du dich den Gefahren jenseits von Lower Crossing stellst. Könntest du mir wohl ein paar Materialien besorgen? Ich nehme an, das sind eure Kinder. Was braucht ihr? Weißt du, vor dem Grintorn war ich Schneiderin. Nichts Besonderes. Ich habe gerade so viel verdient, um über die Runden zu kommen. Aber jetzt sehe ich die Gelegenheit, meinen Beruf zu nutzen, um hier etwas zu bewirken. Ich würde gerne ein paar neue Schutzdächer und vielleicht neue Kleidung ernähren, falls noch genug Stoff übrig ist. Alex und Jane verdienen etwas Besseres als das hier. Wenn du bitte jegliche Stoffe einsammelst, den du findest, wäre die Leute hier sehr dankbar. Das Hafengebiet in Burridge wäre für den Anfang ein guter Platz zum Suchen. Ich werde den Stoff holen. Ich bin dein Dealer. Okay. Der Junge von vorhin, der sein Tackerbuch geschrieben hat, hieße Alistil oder irgendwie so. Und der da heißt Alex oder Alex. Hast du eine Riftgate in Burridge gefunden? Was ist die Situation da draußen? Vor ätherischer Korruption, äh, voller ätherischer Korruption, aber die Riftgates sind sicher. Gut Arbeit. Während du weg bist, habe ich durch die Stoffe in diesem Ophys und ich denke, dass wir unser Ziel sind. Wie bist du akutig bewusst, dass ätherische Menschen 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 und sie zu ihrer Wille benötigen können. Ich hatte immer meine Gefühle, aber jetzt habe ich keine Gefühle. Der vorherige Wartner dieser Prision ist in dieser Prision verletzt. Wohin vor der grünen Dauern, in fact. Wie könnt ihr euch da so sicher sein? Wo kann er ihn finden? Warden Krieg, owned a mansion in the northern district of Burwich Village. The logs indicate that his facilities can be reached via the cellar. I'm afraid I don't have more to go on, but if we want to strike back at the ethereal power structure in the region, the Warden is our prime target. Ich werde den Aufseher töten. Okay. Ach so. Das Kreuz hier ist für die Schnellerin. Gut. Dann gehen wir zurück. Und da, da, da. Gut. Nur um zu sehen, wie es falscher Weg wo es hier lang geht. Hallo, hallo, hallo. Der kann doch die Tür schlagen. Yeah, baby. Extrem lange Arme. Johnson ist wieder da. Okay, das bringt nichts. Ich dachte wirklich, da hinter steht, ist was. Okay. Okay. Hallo. Jetzt sterbt er einfach. Das aufnehmen und hier weitermachen. Okay, hier geht's nicht weiter. Mond? Dafür kattet er es doch etwas. Das ist seltsam. Okay. Seltsam, seltsam, seltsam. So. Okay. Ich dachte wirklich, es wäre miteinander verbunden, aber es scheint nicht. Okay. Gut, dann gehe ich mal da rein. So. Und Falltür rein. So. Tüten. Okay. Gut. Und wie es hier weitergeht, würde ich sagen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.